Er ist einer der umstrittensten Männer unserer Zeit. Er ist arrogant und mutig genannt worden. Ein Clown und ein Held. Er ist vielleicht der prominenteste Mann der Welt. Er ist Muhammad Ali. Er ist der Größte. Ich werde eines Tages der Größte Weltmeister in den Siegen ab. Dann kann es ohne mich keinen Titelkampf mehr geben. Columbia Film zeigt, ich bin der Größte. Sie glauben, Sie kennen seine Geschichte? Sie irren. Solange du lebst, hast du trainiert, um etwas zu schaffen. Die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Das ist richtig und deswegen werde ich auch Weltmeister werden. Die wahre Geschichte einer unwahrscheinlichen Karriere. Ich werde weder meinen religiösen Glauben verleugnen, noch werde ich... Das hast du alles umgesagt, mach das Maul nicht auf, mach das Maul nicht so weit auf, sonst ist der Kampf gestrichen. Mann, sagen Sie den Kampf ab. Gut, ich sage den Kampf ab. In der Hauptrolle... Muhammad Ali. Okay, Bruder. Er hat dieses Leben gelebt. Von der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1960... Ich habe noch nie so ein bewegliches Schwergewicht wie dich gesehen. Bis zum Gewinn der Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Für uns bleiben Sie, Cassius Clay. Cassius Clay ist tot. Ich wünsche, dass Sie das zur Kenntnis nehmen. In Ihrer Zeitung stand, Sunny Listen ermordet Cassius Clay. Bis zum dreijährigen Kampf, in dem er seinen Glauben verteidigt hat. Cassius Clay, Armee, Vortreten und den Eintritt in die Streitkräfte der Vereinigten Staaten zu vollziehen. Dann machen Sie möglichst wenig Wind. Dann ziehe ich es vor, ins Gefängnis zu gehen. Ich verurteile Sie zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und zu einer Geldbuße von 10.000 Dollar. Und seine triumphale Rückkehr in den Boxring. Ich! Dein Gehorscht, Mutter und Vater, geht zur Schule, raucht nicht, trinkt nicht und schließt euch keinen Wannen an, verstanden? Sie werden seine Kraft spüren. Meine Frau läuft da rum und lässt den Brustansatz sehen. Trägt ein Kleid, das nicht einmal die Knie bedeckt. Geile Nigger und Playboys starren dich an und fangen an zu sabbern. Seine Schmerzen. Woran merkt man, ob der Kiefer gebrochen ist? Das macht ein Geräusch, Champ. Dann ist das gebrochen. Und seine Zärtlichkeit. Wenn ich je wieder in den Ring steige, werde ich in Höchstform sein. Ich bin der Größte. Das weiß ich. Wiedersehen. Wiedersehen. In der Hauptrolle Muhammad Ali. Bist du auch nur annähernd so gut, wie du hübsch bist? Ich bin besser, als ich gewesen bin, doch längst nicht so gut, wie ich mal sein werde. Komm, ich kann nicht länger warten. Ich liebe dich. Ernest Borgnine, Robert Duvall, Lloyd Haynes, Ben Johnson, James Earl Jones, John Marley, Paul Winfield, Dina Merrill. Ich möchte dabei sein, wenn man ihnen den Mund stopft und sie endgültig fertig macht. Sie werden das wahre Leben hinter der Legende sehen. Den Mann hinter dem Mythos. Komm, dann werde ich es tun. Du kassierst, du kereistest ja. Sie werden verstehen, warum er von sich sagt, ich bin der Größte. Sie glauben, sie kennen seine Geschichte. Sie irren.